ich bin rausgegangen ich hab nicht mehr dauernd diese Scheiß, wir bedanken uns bei ihrer Scheiße ja das ist Erbung, weil wir kostenlosen Kriegern ja, also kann ich jetzt wieder voll mit einem Modus machen, oder was? hast du jetzt vielleicht schon mal an, oder was? ich muss das Video noch in Europrog GTA löschen habe ich schon gemacht Reis Team habe ich nun gestartet? Ja ja dann muss ich bei ihrer Scheiße so, gucken ich hoffe das geht jetzt hier, sonst dreht ihr noch am Zeiger, Alter na bitte, geh doch was macht das? Digga, hast du wieder Vollbild angemacht? ja mach das aus oh, Digga, sag das doch gleich, Mann einmal wieder aufstehen müsste es gleich weitergehen sag es immer, Alter, relativ zu sag es nur, Alter du bist um POLLETE rausch, ey Ja ich höre dir niemals zu sag es nur, Alter, du bist dem Teil die Kräfte, ey ja ich höre dir niemand zu er hat die Gäste die Gäste um übernommen er ist ein einster er wird davon folgt aufs Fenster der das ist es geht ich weiß ja auch die Ersler umgeschalten Ja, ich werde das jetzt weiter beobachten, oder? Oh, warte, das ist eine neue Fensteraufnahme. Hast dich kaputt zerstört. Oh, Digga, ich kenn dich, ey. Ich hau auf die Fresse, alter. Du hast es kaputt gemacht. Jetzt oder was? Halt an! Ich hau dir auf die Fresse, alter, Digga. Hau dir auf die Fresse, alter, Digga. Ist doch an! Das kontrollieren. Viel weiß mit Blut. Klick doch wieder ein! Nein! Nein, die ist kaputt. Dann warte doch gleich, äh, trafst du mal da weg. Oh, Mann! Oh, Mann! Wie geht das jetzt? Ich probier' jetzt aus. Oh, die sieht aus Melk. Wird zugucken. Ich hoffe, es geht jetzt, sonst drehe ich noch am Zeigehalter. Oh, Mann! Oh! Ich hoffe, es geht jetzt, sonst drehe ich noch am Zeigehalter. Ich hab' jetzt die Wahl, Digga. Was? Oha, Digga, Alter. Ich hör' mal im Livestream, das ist scheiße. Hä? Ich hör' mal erst im Livestream, das ist scheiße. Was? Ja, was ich dir jetzt sagen wollte, das ist privat. Das hätt' ich nicht gern auf die Typiker. Ja, lass das noch. Ja, guck dir mal den Inneren an, Digga. Sieht geil aus, ne? So, läuft das jetzt? Was? Ja, Digga, wie fahren die denn hier die ganzen Idioten, ey? Oh, die scheiß Wichse, Alter! Ja, alles klar. Alter, war knapp. Warum hast du den Winkel so weit weg gemacht, bzw. der Blinkwinkel hast du eingestellt, verstellt? Sieht scheiße aus. Digga, das ist doch geil, Alter. Das ist doch kein ETS, man. Ich will aber komplett alles sehen, dass da was im Pharoos ist, Mann. Was? Ich weiß nicht, vielleicht kriegst du noch ein paar Fragen, warum das so eingestellt ist. Man will ja auch alles im Blick haben, ne? Hörst du den Verachter, Digga? Du musst komplett alles sehen. Ja, geht ja. Was? 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 Ich will komplett alles sehen, was da was im Pharoos ist, Mann. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ist es schon geil! Oh, diese scheiß Autos! Oh, das ist schon geil! 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 Bolle halt die Fresse, verweige. Na ja, muss der Verwunder klärt die Alter, muss ich noch mal sagen. Vielen Dank. 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 Was? Ich bin gleich am Ziel, Digge. Wie viele Kilometer noch? Null. Ich bin gleich am Ziel, ich bin gleich am Ziel, ich bin gleich am Ziel. Wir werden es dann. Hey, guys. Hm? Was denn? Was dir was sagt, Jörn? Und was? Ja, was ist mir immer gut. Letzte. Voll verspätet, hier. Ist mir egal. Egal. Oh, da geht es. Scheiße. Boah, bist du fertig, oder was? Ach, das ist euer. Mann, ich muss immer auf die Scheiße warten, Ulrike. Paul! Hm? Arschkriege! Was soll ich für eine Flacke liegen, oder was? Wie soll ich bei uns gehen? Arschkriege! Stream. Chlela Nico. ner